Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich darf euch heute ganz stolz den neuen Burger-Baukasten im Monat Oktober präsentieren, unseren Weltmeister-Burger. Wir haben ja nicht nur die WBC, also die World Butchers Challenge, jetzt Anfang September gewonnen, sondern wir haben auch in mehreren Kategorien noch zusätzlich abgesahnt. Unter anderem in der Kategorie beste Rindsbratwurst. Und diese Rindsbratwurst haben wir heute in den Burger-Patty gepackt. Alles schwarz, rot, gold ausgrafiert und jetzt gibt es einen geilen Burger-Baukasten. Schauen wir mal, was alles drin ist. Also hier unsere Farben schwarz, rot, gold. Schwarz ist natürlich unser Burger-Bun von Hildes Backwood. Dann haben wir rot in unserem Marguess-Burger-Patty. Der ist aus 100% Rindfleisch, etwas feiner gewolft und richtig schön würzig abgeschmeckt. Dann ist hier das erste Gelb unser Cheddar-Käse und außerdem noch unsere hausgemachte Mango-Chutney. Bisschen Bacon rundet das Ganze noch ab. Ansonsten legen wir jetzt los und bereiten das Ganze zu. Als allererstes machen wir unsere Pfanne heiß und schmeißen unseren Speck rein. Dann braten wir danach unsere Burger-Brötchen schön an den Schnittflächen an. Und in der Zwischenzeit geben wir unsere Burger-Patties auf den Grill. Ihr müsst euch jetzt noch bis zum 28, 29 Oktober gedulden. Da gibt es unseren neuen Burger-Baukasten, unseren Weltmeister-Burger zur Vorbestellung. Falls ihr nicht so geduldig seid, könnt ihr einfach auf das i klicken und in der Beschreibung unseren Klassik-Burger-Baukasten in einem unserer Geschäfte oder für den Versand vorbestellen. Klickst du da mal drauf! Wenn ihr zuerst den Speck in der Pfanne ausbratet und dann eure Brötchen reinlegt, dann saugen die Brötchen richtig schön diesen Speck-Geschmack und das ausgelassene Fett auf. Und ihr habt alles an der richtigen Stelle in eurem Burger. Aber das ist jetzt kein riesen Geheimnis. Wir wenden unseren Burger und legen jetzt den Käse drauf, dass er schön zerschmilzt. Während wir den Käse draufgelegt haben, gehen wir mit der Temperatur runter oder auf die indirekte Fläche bei eurem Holzkohlegrill. Anstatt den Speck heute noch ein bisschen anzubraten, haben wir ihn heute gleich cross in der Pfanne rausgebraten. Deswegen gibt es kein Käse-Gefängnis. Das heißt, wir sperren unseren Speck heute nicht unter dem Käse zwischen dem Burger-Patty ein, sondern wir geben ihn nachher oben drüber. Das kracht dann richtig schön, wenn wir reinbeißen. Jetzt schauen wir mal, ob unser Burger auch so weltmeisterlich schmeckt. Am 28. und 29. Oktober könnt ihr den ja jetzt vorbestellen. Aber lang geredet, jetzt muss ich erstmal reinbeißen. Leck mich fett. Kein Wunder, dass wir gewonnen haben. Also, nicht vergessen, vorbestellen und dann könnt ihr es euch am 28. und 29. Oktober schmecken lassen. Bis zum nächsten Mal. Servus.